Moin Leute, was geht? Welcome back zum nächsten Vlog. Ich befinde mich aktuell schon in Köln und bin jetzt auf dem Weg zur Gamescom. Das ist mein allererstes Mal. Ich bin wirklich excited. Und heute ist auch noch Samstag. Also heute wird wahrscheinlich Endgame sein. Es wird so viel los sein. Ich bin gespannt. Ich nehme euch. Ich hoffe, dies war wirklich ein wenig besser mit. Oh mein Gott, schaut mal, wie ich gefunden habe. Ich fühle mich fett, aber schön. Okay. Ich bin so fertig mit der Welt, Alter. Wir sind jetzt auf der Gamescom. Wir laufen auch schon gestalten. Ja, hier sehen wir schon ein schönes Cosplay. Und ja, wir gehen jetzt in irgendwelche Hallen. Ich habe hier keine Ahnung. Jay führt mich. Ich bin müde. Ja, und ab dem Zeitpunkt hat dann mein Mic aufgehört aufzunehmen. Wir sind dann auch durch die Hallen gelaufen. Das war mega cool. Es war auch so hot, so voll. Und man musste sich echt durch die ganzen Menschenmengen durchquetschen. Dann wollte ich unbedingt ein Bild mit Elli haben. Na, da sehen wir mal das gute Bild, das ich gemacht habe. Einige von euch durfte ich treffen. Und wir haben gesprochen, haben Bilder gemacht. Das war echt mega schön, euch mal persönlich zu treffen. Mein TikTok-Kollegen, kein Part 2, durfte ich auch mal persönlich kennenlernen. Ich habe auch einige Unterschriften gegeben. Das war kein davon. Hier habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Und dann durfte natürlich das Fanbild mit Jay nicht fehlen. Ja, Leute, das waren ein paar Eindrücke von der Gamescom. Mehr habe ich leider nicht geschafft zu filmen. Das war so viel Neues für mich. Danke fürs zu einschalten. Und Kussi geht raus.